Hallihallo zusammen! Herzlich Willkommen zu einem neuen Bastel am Sonntag mit mir. Ich bin Chimena von Stampin Chime und ich versuche jeden Sonntag mit euch zu basteln bzw. euch eine kleine Idee zu geben, was ihr mit den Produkten von Stampin Up basteln könnt. Egal ob mit den gleichen Produkten, die ich benutze oder mit den Produkten, die ihr zu Hause habt. Einfach die Möglichkeit uns jede Woche über den Basteltisch zu treffen. Ich freue mich sehr, dass ihr mich begleitet und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr immer wieder zuschaut, kommentiert und mitbastelt. Das macht das alles aus. Ich habe eine voll tolle Karte, also eine Karte mit Falltechnik, die ist relativ einfach zu basteln. Ja, und die sieht so aus. Die ist wirklich einfach zu basteln, aber ich fand sie cool und ich wollte euch unbedingt zeigen, wie ihr das nachbasteln könnt. Ähm, ich habe ausgewählt, die Produkte, die ich für meinen Kartenclub jetzt im Juni benutze. Wir werden mit dem Produktpaket Äpfchen basteln und die Teilnehmer bekommen halt eine halbe Packung von dem Designerpapier- Komposition aus Karos. Ich finde es total cool, weil da sind fünf verschiedene Farben aus den neuen Stampfarben, die, ähm, ja, kann man ganz, ja, allgemein benutzen, weil da ja keine bestimmten Muster dabei sind. Ähm, deswegen, ich dachte, ich zeige euch eine Idee damit. Und, ähm, sowieso die Teilnehmer von der Stamping-Camp, die haben ja den Farbkarton bekommen. Von daher eine weitere Idee für sie zum nachbasteln. Also, was ihr alles benötigt für diese Kartenform zum basteln, ähm, ihr benötigt einfach, äh, Farbkarton. Und ich habe diesmal Blaubeer genommen und die Maßen hier für euer Screenshot. Ähm, ihr benötigt 25,3 x 10,5 cm ist dieser Farbkarton. Und ihr müsst es einmal bei, ähm, bei 10,5 cm falzen. Da müssen wir, ähm, mit Bleistief arbeiten und einen, ja, einen Lineal. Ich mache das ja direkt bei dem, ähm, Papier, der schneidet die Messungen. Aber wer besser mit dem Lineal arbeitet, dann kann das nehmen. Also, Farbkarton 25,3 x 10,5 cm. Dann Designerpapier brauchen wir ein paar Stückchen davon. Und zwar einmal 7,7 x 7 cm. Dann 2,5 cm x 10. Und dann brauchen wir ein bisschen Reste davon. Und dann habe ich noch ein Etikett, äh, das ist mit dem bestickten Kreis aus den Basics mit Pad. Ihr braucht einfach ein Etikett, wo ihr den groß halt reinpasst. Und ein bisschen Papierreste. Dann habe ich auch, ähm, Farbkarton in weiß. Ähm, das ist 10 cm hoch. Mal 14,3 cm. Päh. Gut. Ähm, dann lass mal anfangen. Dann brauchen wir, wie gesagt, die Papierschneider. Dann machen wir den, ähm, Verlängerungsarm machen wir den auf, weil das Papier ja, äh, längst hier auf der, gegen die Leiste, ähm, gelegt wird, ähm, hingelegt wird. Und da werden wir halt messen. Ja, wie gesagt, bei 10,5 cm ziehen wir eine Falzlinie. So. Mit der Falzklinge, eine Falzlinie ziehen. Und jetzt machen wir halt verschiedene Markierungen mit unserem Bleistief, ähm, auf dem Farbkarton. Und zwar, wir haben einmal hier, ich hab das schon markiert, damit das halt hoffentlich danach noch aufpasst. Ähm, ich suche hier auf der linken Seite, suche ich 5,2, äh, cm. Und mache ich hier eine Markierung. Hier oben und hier unten. Das muss hier markiert werden. Und dann nehme ich, rutsche ich das Papier weiter nach links. Bis 15,7. Das sind komische Maßangaben, aber es hat alles einen Grund. Ich sage euch gleich. Also 15,7 ist die nächste Markierung, die wir halt hier oben wieder und hier unten machen müssen. Genau. Und das ist genau das gleiche, wie von der Falzlinie 5,2 cm und 5,2 cm zu messen. Aber ich finde es einfacher, wenn wir es so machen. 5,2 und 15,7. Und dann hier an dieser kurzen Seite markieren wir wieder halt hier 5,2 cm. Und zwar, das ist halt die Mitte. Die Mitte von dieser Seite, das ist 10,5 cm. Und deswegen hat dieses Papier, das muss hier ein Quadrat entstehen. 10,5 cm mal 10,5 cm. Und wir haben jeweils halt die Mitte, ähm, gemessen und markiert. Und deswegen ist dieser Farbkarton 25,3, weil das ist halt 10,5 cm. plus die 14,85 cm, die wir normal in eine Karte halt bekommen. Genau. Ich glaube. Ich habe die Maßen... Ich glaube, so habe ich das berechnet. Aber wir gucken mal gleich. Ähm, jetzt haben wir diese Markierung hier oben. Und wir müssen eine, ja, Diagonallinie dann ziehen. Von dieser Markierung und die Markierung hier unten. Also von dem Punkt hier oben, links von der, von der Falzlinie bis zur Markierung hier unten, rechts von der Falzlinie. Und das machen wir so. Und das machen wir so, dass die Punkte halt an diese Rille mittig legen. Und dann falzen wir hier einmal. Und dann der andere Diagonal auch genau das Gleiche. Von der Markierung hier. Von der Markierung hier unten. Dann haben wir, oder ziehen wir wieder einen, eine die wir mal markiert haben. An dem kurzen Ende von der, von dem Farbkarton. Und dann schneiden wir jetzt eine Spitze. Ich muss hier Platz machen. Also von dem, von dem mittleren Punkt hier, bis zu dem ersten Punkt, ähm, an die Kante. Oder an die Seite. Und versuchen wir genau von Punkt zu Punkt zu schneiden. Und dann machen wir genau das Gleiche von hier bis hier. Also von diesem Punkt Punkt. So, versuchen wir. Okay. Und jetzt haben wir so, so einen Pfeil sozusagen. Davor ich die Papierschneider wegnehme, mache ich die nächste, wie es steht. Und zwar mit dem Farbkarton, mit dem, ups, mit dem Aufleger, die wir jetzt haben, den weißen Farbkarton. Da müssen wir, ähm, mittig hier bei 5 cm markieren. Also hier 5 cm. Weil, in diesem Fall ist der Farbkarton 10 cm. Dann brauchen wir ja die Mitte. Und dann an die Seite, den markieren wir ja wieder bei 5,2 cm. Genauso wie bei dem, ähm, Farbkarton vorhin. Also ich habe jetzt, ähm, ähm, Kuli gemacht. Ihr macht das brav mit, ähm, Bleistift. Aber so könnt ihr halt die Punkte halt sehen. Hey Delia, schön, dass du da bist. Lange Zeit. Ähm, genau. Und dann jetzt schneiden wir halt von Punkt zu Punkt. Also ich lege die beiden Punkte an diese, an diese Rille und schneide mal halt so. Da weiß ich nicht so genau. Dann versuche ich das noch mal zu machen. Aber ich glaube, den 1 mm schneide ich noch mit der, mit der, wie heißt das, äh, Hebel schneiden. Ich glaube, das passt besser. Aber ich mache jetzt genau das Gleiche von Punkt zu Punkt. Hier nochmal schneiden. Ach guck, das passt doch. Dann habe ich ja noch eine zweite Pfeil. Und ich glaube, ich brauche jetzt die Papierschneider nicht mehr. Jetzt machen wir die ganze Falzlinien. Mh, genau. Dann nehmen wir den Falzwein und machen wir die Falzlinien oder falten wir die Falzlinien nach. Also die Diagonalen, die wir gezogen haben. Dann haben wir ja diese 10,5 cm. die Mieterlinien noch gemacht. Und die Falzeln wir nochmal in der Gegenrichtung. So. Und das wird uns unsere Grundkarte hier, ähm, ja, ergeben. Ich gehe halt nochmal durch, oder über die Falzlinien, damit halt die in Form bleiben. Und ich glaube, ich habe meinen Farbkarton nicht abgeschnitten. Das wäre nicht so lang, aber das macht nicht. Das schneiden wir ja gleich. Weil normalerweise nimmt man einen halben Bogen, äh, für eine Karte. Und diese müssen wir ja wie gesagt abkursen bei 25,3. Und die Karte ist dann ein paar Zentimeter kleiner. Aber fast perfekt in einen Umschlag. Und jetzt müssen wir schauen, dass ich die 25,3 cm hinbekomme. Ähm, hinbekomme. Achso, ich messe einfach 14,8,5 cm von dieser Linie bis zum, ja, bis zum hier. Und das sollte mir die Maßangabe geben. Weil ich habe ja jetzt schon die Spitze abgeschnitten. Also, mal schauen. Hoffentlich hat das ja gut geklappt. Und wenn das geklappt hat, dann passt meine Aufleger hier perfekt. Oder passt perfekt. Und deswegen haben wir auch den Aufleger so geschnitten, sodass es reinpasst in unsere, in unsere Innenseite der Karte. Genau. Das ist vielleicht ein bisschen, äh, habe ich vielleicht ein bisschen kurser geschnitten, aber es ist kein Problem. Dann schneide ich es noch hier ein bisschen ab von dem, ähm, Aufleger und dann passt es genau. 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 Genau, das ist halt die, ja, die wichtigste Teil, halt die Grund, äh, Karte. Und jetzt müssen wir halt nur noch dekorieren. Ähm, dafür habe ich halt das Designerpapier, 7 x 7 cm. Die, ähm, klebe ich dann hier fest auf dieser Vorderseite. Ich würde, ich nehme jetzt einfach die andere Seite des Designerpapiers einfach, damit ich nicht zweimal die gleiche Karte habe. Ähm, die beiden Seiten finde ich ganz cool. Das ist wie gesagt, ähm, ja, kann man für viele verschiedene Anlässe benutzen. So, das ist neutrales Papier. Sozusagen. Dann haben wir die 2,5, ähm, ähm, Papierstreifen. Die befestigen wir hier an, am Rand von, von dem Aufleger. Und ich habe den Aufleger jetzt, äh, einfach gedreht, damit man halt meine Punktchen da, wo ich die Markierung gemacht habe, nicht sehen kann. Und klebe ich das dann hier, ähm, buntig mit der Kante. Und dann kann ich das, ähm, befestigen, in der Innenseite der Karte. So. Okay. Tada. Jetzt, äh, können wir in unserem Kreis, ähm, den großen Stempel. Ich habe das, ähm, wie gesagt, mit dem Stempel-Set-Äffchen gemacht. Nur, ich habe hier einfach 2 Stempel kombiniert. Und zwar einmal hier, du bist herzlich eingeladen, ist ein Stempel-Set. Und hier ist das, ähm, willkommen, kleines. Und ich habe einfach beide zusammen getan. Ich hoffe, das ist grammatikalisch korrekt. Ähm, die, ähm, um diese Teile zu stempeln, dann habe ich, ähm, einfach den Rye Marker genommen. Ich finde es einfacher, wenn man nur Teile von einem Spruch kolorieren will, dann finde ich, ähm, einfacher so. Dann mit dem, ja, mit der Pinselspitze. Das ist übrigens Neumarker. Die, ähm, benutze ich einfach hier, um den Teil, du bist herzlich, ähm, zum Färben. So. Du bist herzlich. So. Und dann den restlichen Spruch hier bekommen. Und. Genau. Und in dem Stempel-Set gibt es auch so ein kleines Herz, äh, die finde ich ganz toll. Die stempeln wir hier nochmal auf unseren Kreis. Und wer macht, kann es einfach so lassen. Oder wir können es halt so machen, dass wir auf Papierreste noch stempeln und, ähm, schneiden. Ich wollte mal ausprobieren, ob ich, in meinem Beispiel habe ich den kleinen Affen die gleiche Klamotten gegeben, wie in der, in der, ja, in der Karte. Und jetzt will ich versuchen, ähm, mit einer anderen Farbe zu machen. Und zwar mit Sommerbeeren. Dafür haben wir ja, in das, ähm, in der Packung haben wir ja andere Muster. Und dann zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Erstmal dann mein Herzchen, ähm, auf Sommerbeerenfarbkarton jetzt gestempelt. Das muss ich jetzt so machen. Und, das Herzchen einfach mit der Schere schneiden. Und diesmal versuche ich wirklich, genau an der Linie, ähm, zu schneiden. Und es ist auch okay, wenn ich ein bisschen über die Linie gehe. Weil ich habe ja schon in meinem weißen Farbkarton gestempelt. Und ich hoffe so, dass diese gestempelte Herzchen, ähm, ein bisschen mein Fehler beim Schneiden verdeckt. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Hoffentlich. Ähm, okay. Also wie gesagt, wer möchte, lasse es so, wie es ist. Gestempelt auf den Kreis. Und schneidet sich hier nicht ein extra. Aber ich habe mir das hier jetzt ausgeschnitten. Und das befestige ich noch mit Dimensionals. Dimensionals. Da muss ich aber mit dem Mini Dimensionals arbeiten. Weil sonst klappt das nicht. Und. Genau. Jetzt haben wir unsere Sommerbele Herzchen für den Gurus. Ich finde, die Farbkombination ist einfach toll. Deswegen, äh, okay. Jetzt brauche ich, ähm, Flüssigkleber. Damit ich das hier befestigen kann. Du bist herzlich willkommen. Oder man kann den Spruch nehmen, die halt original da ist. Du wirst herzlich eingeladen. So kann man auch tolle Einladungen machen. Äh, jetzt. Papierreste zum Stempeln. So. Dann stempeln wir unsere kleine Affe. Oder wenn ihr was anderes habt zu Hause. Eine Blume passt die mal. Mit Tinte in Kisselgrau. Ihr könnt auch, ähm, schwarze Tinte nehmen. Ich arbeite gerade in meinem Kartenclub, äh, Inkolorsclub. Und dann sind die Inkolors einfach nur mal hier am Schreibtisch. Deswegen, äh, bevor ich das austanze, koloriere ihn mit, ähm, Schiffergrau und Kisselgrau. Also, Schiffergrau beide in den hellen Ton. Einfach, damit es nicht so viele folgen hier, gibt das zu. Warte mal. Es geht einfacher mit den Pinselspitzen. Genau, jetzt ist koloriert. Dann können wir austanzen. Und das passt hier einfach perfekt. Und, äh, jetzt geben wir eine kleine Affe. Neue Klamotten. Diesmal mache ich mir den Sommergrin teil. Dafür brauche ich nochmal das Tempelset. Und wieder ein bisschen Farbe in Kisselgrau. Aber ich will nur noch den Körper hier stempeln. Okay. Und mit der Schere schneide ich mir, ich brauche nur den Körper, weil der braucht ein neues Hemd. Und das ist jetzt aus Sommerbeeren in Karos. Damit es passt mit den Herzchen, die wir vorne gekleppt haben. Ja. Dann können wir... Dann können wir... Ja, ist es so. Dann können wir jetzt sein Hemd hier anziehen. Okay. Und so passt es halt mit den Herzchen. Ähm, was ich überlegt habe bei der... Die Karte zusammenklebt, könnte es theoretisch so die Karte zusammenhalten. Weil momentan geht die mal auf. Ähm, das kann man ja versuchen. Was, ähm, vielleicht dabei helfen kann, ist, dass wir uns den... Kleinen nochmal austanzen. Theoretisch könnte man ja auch, ähm, extra starkes Farbkarton nehmen. Und dann kleinen wir ihn halt hier doppelt, sodass er stärker ist. Und sich nicht so viel, ähm, wiegt mit der... Mit dem anderen Teil der Karte. So, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist mir gerade aufgefallen. Das könnte man ausprobieren. Und schauen wir mal, ob das so funktioniert, dass er unsere Karte geschlossen hält. Und den Schuss. Mit... Am besten mit seinen Ohren, weil da hat er mehr Platz zum Halten. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, vom Design her gefällt mir eher halt unten besser. Aber da er vielleicht die Karte ja so geschlossen halten kann, versuche ich diesmal hier so mittig zu platzieren. Guck mal. Der... Der hält seine Karte zu. Mit dem Ohrchen halt. Aber trotzdem. Und hier ist halt, ähm... Ja genau, die Karte von heute. Ah! Da brauchen wir auch ein bisschen Strassesteine. Ich habe hier diese tollen Strassesteine, glaube ich, haben wir ja auch letztes Mal, am letzten Sonntag benutzt. Die Schmucksteine in Trial Park. In dem Original oder in dem Prototyp habe ich ja die blauen Steiner benutzt. Und jetzt möchte ich gerne mit dem rosa hellen Steiner jetzt probieren, wie das aussieht. Das passt halt zum Hint. Ähm... Wo haben wir die? Hier unten. So wie in der Originalkarte. Auf dem Herz mache ich nicht, weil dann wird das zu hoch. Und wenn man das auf Post schickt, dann ist halt... Die sind problematisch. Aber... Guckt mal! Also... Welche gefällt euch am besten? Die mit dem Farbkombi oder die monochrome? Und... Die geschlossene Karte? Oder... Die... Am Ende offen bleibt? Das ist eine einfache Karte, aber halt mal was anderes. Ich hoffe, die Idee hat euch gut gefallen. Wenn ihr halt jetzt gerade zuschaut. Die Maßangaben habe ich vorhin für Screenshots gegeben. Dann könnt ihr euch notieren. Und ich schreibe die noch hier unten in der Infobox. Zusammen mit den ganzen Materialien, die ich benutzt habe. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ähm... Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und eine gute Stadt in der neuen Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!